Ich hab ihn doch gesehen, verdreckste Sau! Mein Gott! Immer dich, du scheiß Gämper ey! Gämper sind auch gute Bläser, du scheiß hier! Wieso haben wir denn Nullenwellenverstärkung? Wir hatten doch gerade zwei! Davon hab ich höchstens eine genutzt! Unproduktiv! Wo hab ich denn da? Ich nehm jetzt eine andere Wemse! Scheißegal! Was ist das hier? Wie geht's auf DELTA? Nicht sehr gut Ich nehm ich ne Pistole mit Aber wir haben ja eh verloren! Das können sie nämlich auch nicht! Ich kann gewinnen oder was? Überhaupt töten Hätten Win werden können! Hätten Win werden können ey! So ne Scheiße hier! Das war klar mein Nein! Ganze Wochenende schwarzem Bildschirm! Und der geht! Oh Gott! Ja und jetzt erzähle ich euch warum ich schon wieder tot bin und diese anderen Spackos noch lieben! Weil diese Scheißkämpfer mich wieder Platz gemacht haben! Dreckssäcke! Ich spiele erstmal Quiz-Duell bis die Runde vorbei ist! Ah können wir gegeneinander spielen! Warte! Hast du das noch drauf? Hast du mich noch in deiner Liste drin? Nein! Ich hab' ich gelöscht! Ich hab' keinen Bock mehr auf dich! Deine Mutter hat keinen Bock mehr auf mich! So! Welche folgenden Alternativen ist der Titel einer Comicserie über zwei Lamas die über YouTube bekannt wurden? Lamas im All? Lama und Lona? Lame Lamas oder Lamas mit Hüten? Hehehehe! Hehehehe! Aber Karl! Hehehehe! Oh! Oh! Äh! Wutze ich nicht! Oh! Der ist Hände! Das sind zwei verschiedene Dinge! Aber Karl! Was denn? Hehehehe! Hehehe! Wie hieß du denn nochmal? Warte mal! Da! Kann ich die überhaupt nur... Ich kann... Ich kann die keine... Okay! Als Freund hinzufügen? Okay! Entsteht ihr, ich bin mit dir befreundet! Gibt's ne neue... Ne Freundeskiste? We can now watch... Player Vashan getting slayed! NEIN! NEIN! Hehehehe! 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 So Vashan Spohr, wenn er gettet wird... OOOOH! Jetzt hat sich jemand eine Scheiße wegahnen! Drecks Piss! He is already dead! Eine Scheiße mit der Scheiße, jo! Hehehehe! Hehehehe! I can hear his footsteps from like... 10 miles away! Ja, dann spielen wir mal! Ich darf anfangen! Ich darf anfangen! Was sind wir denn? Kinofilmen, Medien und Unterhaltung, Computerspiele... Komm wir gehen nicht mal Computerspiele... Da bin ich nicht mal sauschlecht drin... Hinter welchem der folgenden Spiele steckt der Computer- und Videospieleentwickler... Electronic Arts... Call of Duty, Skyrim, World of Warcraft and... The Sims! Oh, oh, oh! World of Warcraft! HA VERDOMMT! Das waren die Sims! Oh! Okay, nächste Frage! Okay, nächste Frage! Oh my god! Warte, ich muss noch die dritte Frage beantworten... Wie wird die Playstation Portable eine Handkonsole von Sony abgekürzt? PPO, PLSP, PLPO oder PSP? Komm, das sind alles drei Fragen, die muss man richtig haben! Sonsten bist du nicht... Tauchlich ein Gamer genannt zu werden! Ehrlich nicht, das ist doch lächerlich! PPSH, genau! Ja, die wurde schon 1942... Was steht aus der Cover im Spiel New Super Mario Bros. Wii? Ehm, M? LOL Für welches bekannter Spiel... City uphold WCG World Civil Games? Ja! Spielst du gerade der von mir oder was weiter? Nee, gegen Varas! Nenne ich mich aber wohl Counter-Strike Global Offensive... Äh, das ist für Port Irish und Delta... Geht's einfach! PENIS! Done! Oh, das ist O-O-Ming! Und dann habe ich so nachgeguckt... Und dann war der als Antwort möglich... Oh, leck mich doch im Arsch, ey! So ne Scheiße hier! Oh, leck mich doch! Was denn? Da war der Penis angegeben... Und ich sah auf Spaß... Und ich dachte in dem Moment so... Penis! Und das Problem ist, es war richtig! Oh, man... Oh, man... That was all me! That was all me! Shut up your eyes, prick! Äh, who is Irish? Hm, Call of the One! Best game ever! Eins, 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 eins! Aufrufe da hinten! The name is Ted! Tetris! Hey! Wichtig! Co-Coti! Genesis! Change your mic! Put it to figure your ass! Put it to figure your ass! Look at the team! Have caution! Save the video for later! Oh, the volume... It's perfectly fine! It's not like you're screaming or... Was wollen die von mir? Verrack sowieso gleich viel, wenn mich irgendjemand umsnipet! Also, ich hab jetzt was genommen und hab irgendwie alle drei falsch! Du, aber nicht bei dem Spiel gegen mich! Doch! Willst du mich verarschen oder was? Hey, ich bin ja Computerspiele, da hab ich alle richtig! Okay, they are capturing, Delta! Ich wollt grad sagen, ey! Wenn du da EINEN falsch hast, ist das schon peinlich! Varas hat gespielt! Meine Mutter hat gespielt! Varas kam auch schon mal im Let's Play drin vor. Erst Karas, dann Varas. Schlecht! Ja, der hieß früher Karas! Ich weiß! Dr. Helmut Karasek! Alter! Jetzt fast alles falsch! Welche Droge ist der... Marihuana ist... LOL! Welche Droge ist in der Raphs Safari Religion erlaubt und gilt als ein Gottesgeschenk? Varas hat Opium genommen! Ist das irgendwie dämlich? Opium bringt Opium! Irrisch! Du kannst zwei Wallen schreien, wenn der Krieg hinter dir ist! Okay! Du könntest diesen Mann töten! Anu Bits! Anu Gott Bits! Äh... Äh... Kink! Sind 8 Hobbits, 1 Hobbite! Hm? War das ein Nigga-Bite? Das ist rassistisch! Kann ich auch! Klingt aber so! Klingt aber so! Ooooooh! Richtig! Ist weitergekommen, ne? Was ist das Spiel von Sohan im Film? Leg dich nicht mit Sohan an! Er will Friseur werden! Ha! Spielst du gerade mein Spiel weiter? Jetzt spielt er tot! Ah ne, warte mal, wir haben noch... Gegen Varaz! Oh, verdeckt! Ich kann schon spielen! Ich muss nur noch einmal sterben! Ich verliere sowieso gleich wieder! Hey, wir haben noch vier Verstärkungswellen! Das geht gar nicht! Wir haben die Chance, theoretisch zu gewinnen! Oh, praktisch nicht! Mit dem Kackbratzen-Team! Oh, Kackbratze! Ich habe Lust, irgendeinen zu erschießen! Und im Notfall erschieße ich einfach meine eigenen Leute! Einfach nur, weil ich's kann! Ich weiß halt immer, wo die sind! Das ist... Eingebung quasi! Vielleicht liegt's auch an diesen komischen... Quadraten, die hier überall rumhängen! Das sind Rauten! Ey, das gibt's doch nicht! Wie kann's denn sein, dass dieser Spast immer noch da rumcampen kann? Ne! Du hast ne komische Türklingel! Das war ein komischer Klingelturm für deine Mama! Mama, du bist es! Ja, nein! Diese Woche wasche ich meinen Unterschlipper selber! Soll ich nicht waschen! Solange sie nicht hart sind, ist alles in Ordnung! Und wenn sie stinken, dann wird sie einfach auf links gezogen und wieder angezogen! Können sie nicht mehr ausschüften! Solange meine Lebenseinstellung härter ist, als mein Schlipper ist alles gut! Hehehehe! Nein! Ey, alles daneben gewimst! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Malle ist nur einmal im Jahr! Ne, warte mal! Ey, scheiß drauf! Polen ist nur einmal im Jahr! Ey, keine Rassistenwitze! Ich bin nicht rassistisch! Boah, warum kriegen die denn dann nicht down meine Fresse nochmal? Das ist euer Problem! Jetzt mähen die die ganze Zeit auf den toten Gegner! Komm schon! Wieder reborn hier! Reborn! Die, die Reborn-Identität! Verstehst du? Geh mit Delta ein! Ich versuche nach B zu kommen! Wetten, dass ich sterbe? Ich gebe mir noch 10 Sekunden! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tot! 5, 4, 3, 2, 1, und? Ey, ich habe länger überlebt! Ja, ich wusste es doch! Mein Glück verlässt mich niemals! So, dann wollen wir mal spielen! Was haben wir denn? Wie heißt der Titel-Lied von GZSZ? Mitten ins Herz, ich sehe in dein Herz, Schicksal, gute Zeiten, schlechte Zeiten! Peace! Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden! Wir haben beide dasselbe falsch genommen! Ich sehe in dein Herz was übrigens nicht! Seit welchem Jahr ist Anne Menden als Emily Höffer in GZSZ? Ja natürlich, als wenn ich sowas weiß! 2004, 2001, 2005, 2003! Ach verdammt, aber hast du auch falsch, Gott sei Dank! Äh, wie wird Derek Shepard in Grey's Anatomy noch genannt? Max Team ist Teamy? McDerek, Max Sexy oder McDreamy? Oh fuck! Ja, ich wusste es! Ah, du guckst also Grey's Anatomy! Nee, ich guck das nicht, ich hab da mal... Ja gut, ich hab das mal ne Zeit lang geguckt, aber man macht das eigentlich nur wegen der Frauen! Auch wegen der geilen Weiber mit den dicken Titten oder was? Nee, wegen den Frauen mit denen man zusammen ist! Ja, Schatz, natürlich guck ich mit der Grey's Anatomy! Klar! Ich find die Sendung überhaupt nicht scheiße! Und ist so weit von der Realität entfernt, wie... Jetzt hast du nur geguckt, weil ich dir danach verschmust war und du einen wegstecken konntest! Oh Mann! Mein Sexualgelieb geht dich überhaupt nichts an und auch keinen der Zuschauer! So, oh! Ja, warte mal! Wir haben noch ne Welle, was war denn die Scheiße! Ich wollte jetzt gerade hier schön... Das ist die perfekte Welle! Stopp, stopp, stopp! Oh fuck! Voll geil, wir haben viel mehr, viel mehr Wellen gehabt als die und verrecken trotzdem die ganze Zeit! Bestes Gameplay ever! 1, 1, 1! Ausrufezeichen! Sollte man denen eigentlich sagen, dass ich einen Let's Flayer nenne? Neh! Guckt ja eh keiner von denen! Freiwillig! Bin ja viel zu beschissen dafür! Was das cool ist? Hör! Verdammt, ich hätte gewettet, dass der da hinter der Kiste sitzt! Schaut mal hier! Lower the Enforcements! We are on my little Charlie! Erschreckt mich doch nicht immer so hier! Seid ja grausam. Ach, die haben keine Wellen mehr. Ja boll, wir haben gewonnen. So, jetzt kann ich aber zu Ende spielen. Ah ne, ich muss ne neue Runde anfangen, ne? Ja, wir haben übrigens gewonnen und nicht verloren oder verloren oder nicht gewonnen. Was macht das mit mir, Cody? Cody? Wir müssen noch ne Runde spielen, ne? Keine Ahnung. Ja doch, jetzt haben wir ne Entscheidungsrunde. Es ist immer Best of 3 eigentlich, oder Best of 5. Gibt's auch. Genes, sollen wir das jetzt letzte Runde machen, oder? Ne, sieht's aus. Keine Ahnung, hast du noch keinen Bock mehr, oder was? Ich will jetzt anders spielen. Hatt du Bock? Du bist ein Bob, Alter. Das musst du ja nicht allen erzählen. Bob, der Baumeister. Genes! Ich hab jetzt ne Grenade mitgenommen. Ja, können wir sonst auch noch machen, dass wir gleich noch mal was anderes dudeln. Let's playen, oder was hier? Ja, können wir mal gucken. Also Company of Heroes 2 hast du ja gesagt, hast du keinen Bock drauf. Ich bin am überlegen, ob ich noch ein anderes alternatives Spiel suche. Ein Strategiespiel würde ich gerne. Oder ein MMO. Weil MMO ist so zeitintensiv. Hm? Ja, aber das dauert so ewig und da musst du dich dafür monatlich zahlen und... Oh, fick doch deine Mutter! Und, äh... Ja, deine Freundin gerade. Und was haben Männer und Frauen gemeinsam? Nach einem guten Filmbruch und beide halt Taschentuch. Oh, warte mal, ich leb ja schon wieder. Ich dachte, ich guck gerade einem AFK dazu. Ah, na 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 na! Du musst auch mal gleich spielen AFK, oder? Warte mal, mach ich mal. Äh, ey, du solltest mal die Company of Heroes folgen sehen. Alter! Ich bin immer so scheiße. Ich verliere nur. Aber auch immer nur, wenn ich die Aufnahme anhabe, ne? Ansonsten ist das alles kein Problem. Auch hier bei Insurgency hab ich schon mehrmals den ersten Platz geschafft. dann denke ich mir, ach cool, machst du mal ein Let's Play dazu? Vielleicht ist Denken und Reden gleichzeitig jetzt nicht so... Nehmen Delta ein? Ja, ich auch. Ah cool, hi! Irgendwer schiebt hier? Ja, ich auf dich. Bin tot. Von links. Ich bin nur 14 Sekunden durch, ich komme wieder. Da habe ich nur glaube ich mal eine andere Wimse. Irgendwas mit mir. Boom. Boom. Geil. Unser Schrotflinte mit Visier und Frontgriff. Delta eingenommen. Okay, ich komme. Und ich bin tot. Ich habe aber nur eine Granate. Er hat mir ins Gesicht geschossen. Richtig die Sprühwürste über das ganze Gesicht verteilt. Ja, es soll ein schönes Muster geben mit dem Sieb, dann vor den Arsch und dann... Ich habe schon mehr Leute getötetet als du in dem Spiel! Auf wie bin ich denn jetzt gestorben, bitteschön? Ich hab ja nicht die ganze Zeit auf hier Dings und Bums. Help on Delta, enemy on Delta. Haben wir schon gewonnen? Wir haben noch 5 Wellen, Alter. Die glauben doch nicht ernsthaft, dass sie es noch schaffen, uns Platz zu machen, oder? Wollen wir uns B holen? Wo bist du? Ich schütze Delta. Delta? Soll ich mit dir Delta beschützen? Nee, hier ist noch einer. Nee, hier ist noch einer, danke. Du vertraust mir ja so richtig. Nee, besser nicht, geh lieber voran das hin, sonst fliehen wir wieder. Ja, natürlich! Ey, die kommen immer um die Ecke, ich bin direkt tot. Dreckscheiße. Ah, wieder nur 20 Sekunden bis Reborn. Reborn. Reborn! Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen gediegener vorgehen. Also, ein bisschen mehr schleichen und vielleicht auch nochmal campen ein bisschen. Ist der blind oder hängt der nicht mehr an seiner Murmel oder was? Ja, ist vollidiot. Redest du von dir selbst? Nein! Ich rede von deinem Vater. Warum hast du dem auch ein Surgency geschenkt? Macht nur einen Spaß. Hab dich lieb. Oh, fick dich ins Knie. Ne! I know you want it. Er ist tot. Ach ja, könnt ihr Kackstifte wenigstens mal enttäuschen? Hey, das gibt es doch nicht. Aber weißt du, ich sehe die dann immer und denke so, hm, ne, jetzt schießen ist auch uncool, ne? Du hast ja nicht mal gesehen, er hat dich von hinten erschossen. Nein, er hat mich von vorne erschossen. Ich weiß auch nicht, also irgendwie liegen mir die Maps momentan nicht so. Ich bin die gewohnt von der anderen Seite zu spielen, von dieser hier finde ich die ein bisschen gay. Also, scheiße meine ich damit. Also, gay ist jetzt nicht, also schwul ist jetzt nicht unbedingt gleich scheiße. Ach, ist doch egal, ihr wisst doch, was ich meine. Und wenn nicht, dann schaltet halt einen anderen Kanal ein. Aber abonniert mich bitte vorher. Und wenn nicht, dann verpisst euch. Aber abonniert mich vorher, bevor ihr euch verpisst. Ich nehme D ein. Ich nehme D ein. Bist du, dass der hinter dem Obst stand? Einer davon, ja. Boah, er stinkt. Das ist ne Drecksau, weißt du? Schon wenigstens nicht laut genug, ne? Weil du hast ja schon einen Ledersitz. Diesmal war er wenigstens leise. Nein. Ich muss es trotzdem allen erzählen. Ich bin sicher. Bist du da so stolz drauf, oder was? Schön, dass du abkopfst, ne? Ich bin Kerl. Oh, das gibt es doch nicht! Hab einen. Warte auf Verstärkungswelle. Okay, jetzt müsste ich aber Zeit genug haben. Bin tot. So. Oh, der ist Wahnsinn. 20 Sekunden, ey, kann ich nicht. Erzeugen der Zeit, Körper und Geist, oder draußen im grün? Und jetzt entscheidet ihr, was nehme ich? Okay, so lange kann ich eh nie warten. Dann verlierst du das Spiel. Ja. Ja. Nein. Doch. Doch, du verlierst das Spiel. Ich weiß. Ja. Nein. Doch. Ja. Nein. Doch. Ja. 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 Ja.